Leute, ich bin den Glaubenmachstanz. Willkommen zu einem neuen Video. Auf können wir mal einen Kanal banal. Ich kann nicht mehr reden. Freunde, heute werden wir nicht lutschen, sondern wir werden rutschen. Aber bitte mal lutschen. Was hast du für deinen Mund, du fette Schwein? Sag mal, du fettes, du fettleibiges... Guck mal, selbst ein Fortnite bist du... Keine Art Beweise dafür, dass ich was gegessen habe gerade. Okay, Freunde, wir werden nämlich heute einen Slide for Loot machen. Aber nicht vor Loot genau, sondern Slide for, wer entscheidet am Ende die Fight Map, meine Damen und Herren. Ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob André wirklich gegessen hat oder nicht. Jeder, der mir zustimmt, der kriegt ein Herz in den Kommentaren für bei mir, Leute. Und vergesst nicht, deinen Kanal ein Like und ein Abo dazulassen. Denn am Ende dieses Videos zeige ich die Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Vielleicht ist dein Name mit hinten dabei. Und ich würde mal sagen, Jungs, seid ihr am Start? Wir machen das Ding, das war die originale Oldschool-Odoman-Anmod, wo du dich mehr versprichst, als es eigentlich... Oh, Todes. Aber wenn ihr die noch kennt, dann lasst ein Like da. Okay, wir gehen rein. Wie in Minecraft, Digger. Ich schwöre, echt so. Wir lutschen. Okay. Ah, mein Name, ich bin tot. Brex tot. André tot. Hey, cool, hab, Bro. Hey, nice, Freunde. Ich hab gewonnen. Okay, vielleicht müssen wir aber jumpen so. Wir müssen um den... Okay, jumpen. Oh, ich bin ein bisschen weitergekommen, Jungs. Oh, ich bin genau da, wo ich war. Warum sind wir langsam? Meiner geht wie so ein Gangster, Bro. Er denkt so... Ah, guck mal, du musst schief, schief, schief. Nicht, auf jeden Fall nicht. Doch, aber schief, schief, Janot. Raus, Digger. Wir müssen, glaube ich... Ey, wer das Level schafft, hat gewonnen. Okay, Deal. Wir beginnen dann direkt eine Fightmap. Ah, mein Name, das geht nicht. Oh, ich hab's geschafft. Ich glaube, die Map ist... Hast du echt? Ja, ich beurte bei Level 2. Hä? Er hat's echt geschafft. Wie hast du's gemacht? Sag mal bitte mal einen Tipp. Hol mal mich mit dem Druck Zuckerpuff ab. Ich sag ja, schief, schief ist die Meta. Schief, schief ist Janone, oder was? Ja. Okay, warte. Guck mal, ich geh jetzt schief, schief. Geh schief, schief. Mitspringen, oder? Schief, schief? Nein, ohne. Okay, man kann auch nicht springen. Ich hab Rutschpack in meinem Ohr. Boah, es tut mir weh, Bruder, es tut mir weh. Ja, mir auch. Du musst rechts anfangen und dann links gehen. Ah, okay, ich weiß wie. Schief, schief, ne? Ja, ja, schief, schief. Du hast recht. Rechts anfangen und links gehen. Ich hab's, ich hab's, Bro, ich hab's, Bro. Wir machen Rails, André, egal. Bam and Ingnong, wir machen weiter. Achso, ja, okay, guck. Wo müssen wir rein, hier? Ich hab Rutschpack. Okay, mit Joke. Okay, tamam, Safi. Ich weiß nicht mal, wo er nicht gucken muss. Und bin gestorben einfach. Guck mal so, wir müssen so gerade gucken. Bro, bei mir guckt er zur Seite. Schief, schief, schief. Ich muss einfach so gucken, glaube ich, jetzt. Ja, Mann. Das ist ein Ding, aber was für die Reaktion will er, Digga? Du musst nach rechts gucken und rechts gehen, André. Guck mal, so. Bro, man kann nicht ducken in der Zeit. Du musst springen. Oh, Gott, nicht. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Ja, das ist so schnell. Es ist so schnell, es geht nicht. Okay, ich drück direkt S, aber es geht nicht, Bruder. Es geht direkt. Das weiß ich, habe ich nicht. Drück schon vorher einfach. Habe ich. Es geht nicht. Oh mein Gott. Bro, cool, dass du mich kust. Ja, aber ich bin runtergefallen. Aber du hättest eh verloren. Tu bitte nicht so. Bitte, bitte. Ey, was laberst du? Warte kurz, geh noch nicht rein. Okay, geh jetzt rein. Boah, bist du still? Bin drin, Jungs. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Ich sag mich. Okay. Ich habe es geschafft einmal. Wow. So langsam bin ich drin. Leute. Wow. Kauft mein Bandana. Hast du Bandana an auf Oldschool? Ich habe nicht an. Soll ich anziehen? Ich ziehe an. Ich ziehe an. Du bist ein Ninja. Ich ziehe an. Ich ziehe an. Freunde, ich ziehe an. Über Cappy drüber, ihr wisst. Okay, Freunde. Wir haben ein Bandana auf. Seht ihr das? Es ist wunderschön. Und wenn ihr neuen Merch wollt, schreibt mir, ich will neuen Merch. Dann ich mach einen. Ich will nur wissen, ob ihr den wollt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Odo, Mann, ich helfe dir. Komm mit. Wo? Mit Merch? Komm mit. Ja, ja. Nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Du musst so reinlaufen und direkt D drücken und springen. Geradeaus. Vertrau. Du bist eine Maschine, Bro. Du bist eine geisteskranke Banane, die ich mir so in den Mund stecken würde. Aber guck. So funktioniert besser. Ich bin davor gesprungen. Das hat mich gerade verwirrt. Also, wie fühlst du dich denn allein? Sag mal. Ganz entspannt bei mir. Guck mal, das Ding ist, André, eigentlich dürftest du ja weitermachen. Ja, ja, aber... Oha, oha, Tamam. Ich muss Da Vinci Code machen. Aber so langsam hab ich's, Leute. Ihr seht's. Boah, ich häng da immer. Mann, was will er von mir? Oh, du Mann. Ich schreib dir einen Bachelor-Code, wenn du willst. Neue Taktik. Neue Taktik. Vertrau mir, bleib stehen. Hast du's geschafft? Dann hör ich nicht auf deine Taktik. Ja, erstes schaffst du locker. Komm mit, vertrau. Erstes schaff ich auch so locker. Geh von hier rein. Nein, ich geh nicht. Hier, geschafft, nicht geschafft. Ja, guck, du hast es auch nicht geschafft. Ja, aber tot beim zweiten. Nein, eben nicht. Ich hab's genau gesehen, wie schnell du gestorben bist. Ich lüg nicht. Du Lügner. Guck, jetzt tot. André, guck mal, wie er schon das nächste tryt, der Eklige. Äh, was laberst du? Guck mal, wie er schon das nächste macht. Bar einfach. Du willst gar nicht wissen, was das nächste ist. Ich will's wissen. Wir sind bei Level 2 und wir haben schon neun Minuten aufgenommen. Wisst ihr, was das in mir gerade erzeugt? Sag mal. Was nix Gutes, Bro. Meistens kommt es in der Kloschüssel raus. Und rein sich auf. Guck mal, wie er Kloschüssel beleidigt. Wie schnell soll ich schalten, Bruder? Sag mal. Aber was kommt in der Kloschüssel raus? Sag ich dir nicht. Da kommt skibidi-bap-bap-bap, skibidi-bip-bip raus. Ich weiß nicht, was du aus dem Kloschüssel rauskommst. Bro, du hast mich irritiert, deswegen bin ich nichts. T, am besten gar nichts, Digga. Ich glaub, da kommt nur was rein. Warst du noch nie? Das kommt auch aus Odubans Mund, was du meinst. Oh. Ich hab diesen Rutschpack, Digga. Ich hab diesen Backrutsch. Was er sagt gegen meine Familie, Bro. Traust du dich nochmal? Sag nochmal. Ollum. Ich mach schon das nächste Level und ich heule gleich. Bitte, bitte. Ich schlag mir gleich selber ins Gesicht. 5 Euro du machst. Du weißt, ich bin ein Mann, ein Wort. Du kriegst sogar unten dieses Kanalmitgliedscher ab. Mein Ego ist jetzt zu groß, um die Map aufzugeben. Obwohl ich jetzt so gerne etwas sagen würde, Jungs, Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, wir schaffen das jetzt. Wer gibt auf, hat aufgegeben. Hä? Ist so. Seid man nicht so Loops. Oh. Oh. Ich war auch froh. Mann. Dein Schrei hat mich verwirrt. Das war ein Kampfschrei. Ja, der war wild, aber. Danke mal. Hat sich angehört wie ein Husten. Bro, wie schnell soll ich machen, Digga? Sag mal. Wie schnell? Wie schnell soll man das machen? Er hat mich irritiert und er hat es nicht geschafft. Jakma Banana. Aber ich bin weitergekommen. Oh, Mann, vertrau mir. Du musst das machen, was ich dir sage. Bro, lass mich in Ruhe, bitte. Bitte einmal. Bro, lass mich in Ruhe, Bro. Was einmal? Ich hab's geschafft. Vertrauen einmal, Digga. Ich hab's doch geschafft, Bro. Ich hab's doch geschafft, Bro. Sehr gut. Ich hab's doch geschafft, Bro. Du denkst, ich warte auf dich. Geh mal weg, Junge. André, du hast keine Chance gegen mich. Was müssen wir hier machen? Spring. Okay, man muss einen Momentum machen und dann... Hab geschafft. Er hat es echt geschafft. Mach viel direkt weiter. Ich warte nicht auf euch. Mach weiter, Bro. Mach echt weiter. Ich bin tot. Okay, können wir über die kleinen Bomber drauf, ne? Können wir nicht. Kannst du draus. Können wir nicht. Wie sollen wir da durch? Einfach springen und dann ausweichen. Sorry. Ich hab doch grad überlebt, Bro. Ski. Bitte, Bro. Ski, ja. Mach nicht dieses... Mach nicht dieses... ne Krise, ja. Ich hab Brotspack, aber ich mach extra lauter. Aber Level 3 ist leichter als Level 2, Bro. Ich sag dir ehrlich. Nein. Doch, komm zu Dubai, Habibi. Ich sag dir ehrlich. Ich bin gestorben. Ich sag dir. Hast du abonniert? Ey, das ist unglaublich. Was hast du dir hier rausgesucht? I don't want any more. Bro, was willst du eigentlich von meinen Ideen? Gar nichts. Absolut nichts. Distanz. Ja, das ist eine gute Idee. Geht doch. Geht doch beide jetzt. Okay, also... Nein, geh nicht. Bitte nicht. Man, Level 4, man. Soll in mich reingehen. Okay. Okay, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Bro! Achso! Meine Ellenbogen! Hau! Ich kann das nicht. Ich hau jetzt Funfacts über euch raus. Funfact über André ist Schwett und Funfact über Brax ist erst klein. Das ist kein Funfact, weil du lügst. Nein, es ist einfach eine Zeit. Hau doch mal ein reales Funfact raus von mir. Okay, du bist hässlich. Ja, okay, das ist real. Das ist real. Okay, Freunde. Ich kann bestätigen, Brax ist größer als Odomann. Was laberst du jetzt für eine gerüchtige Küche? Nein, ich sag ehrlich, wir sind gleich groß. Fertig. Ach, nein. Brax ist so einen halben Millimeter größer. André ist einfach kleiner als ich. Ich schaffe jetzt Level 3 auf Ansage. Okay, Freunde, wir gehen hier. Ich würde meinen Tisch gerne reinbeißen, aber ich würde mal eine 10 vergeben. Bitte. Mach aber mit dem Videobeweis, dass ich einblenden kann. Ja. Ich gebe dir gleich ein anderes Videobeweis. Welches? Weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht überlegt. Bro, wie sterbe ich denn da? Warum macht ihr da ein Bumper rein? Lass es doch einfach, Broski. Guck mal, ich kann... Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr. Kann ich irgendwie dir Geld geben und ich darf bestimmen, welche Map wir spielen? Nein. Ach so, okay. Aber Geld kannst du mir geben. Bei wie viel Euro... 2,50 hätte ich unten gespendet. Unten in deinen Kommentaren. Bist du käuflich oder nicht? Also 2,50 ist schon wenig, Digga. Okay, 5, mehr nicht. Das war's. 5 ist aber auch schon wenig, weil man kann sich nicht mal einen Döner mit 5 Euro holen. Das ist hart, ne? Das ist hart, Digga. Aber was kannst du dir mit nichts holen? Sag mal. Mehr als mit 5 Euro. Mehr als mit 5 Euro. Sorry. Geh mal einkaufen mit nichts, bitte. Ich will das hin. Hä? Ich geh... Ich komm safe mit was raus. Ich komm safe auch mit was raus. Ah, nee, nee. Briggs, Bruder, warum laberst du so viel, Bro? Was gar nicht so viel, gar nicht so viel ist. Hä? Und immer wenn ich spawn, spawnt meine Tiermaske immer als erstes. Guck jetzt. Ich spawn, man sieht erst mal Maske. Okay. Oh, okay, jetzt schaff ich's, Bro. Jetzt schaff ich's, jetzt schaff ich's. Jetzt schaff ich's, Bro. Bitte. You can do it, Odomann. Bro! Wieso? Warum macht er denn in die Mitte was, Digga? Ich war dick weit. Da stand einfach, Odomann hat die Haltestelle verpasst. Bro, ich hab die Haltestelle verpasst, Bro. André, Level, was bist du eigentlich mittlerweile? Vier, immer noch. Immer noch? Digga, das Ding hat 10 Level, Bro. Wir sind bei Level 3. Und ich sterbe bei Level 3. Und es ist eigentlich leichter als Level 2? Nummer 4 ist ganz krise. Da willst du nicht hingehen. Bleib lieber da, wo du bist. Guck mal, und was soll ich hier jetzt machen? Weiß nicht. Sag mal. Skin Contest. Okay. Bleib dem besten Skin. Ich hab gewonnen. Mann. Okay, Ruhe, 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 Ruhe. Ich brauch Ruhe, ich brauch Ruhe, Ruhe. Und Konzentration. Ruhe und Konzentration. Dann gehen wir nach links. Das ist perfekt. Macher. Ich hab's, Baby. Ich bin bei Level 4, Bro. Weißt du, wie man mich nennt? Okay, man geht wieder in den Rift rein. Dann ist unten erstmal gar nichts. Hast du Rasterlevel einfach? Und dann stirbst du sofort. Guck jetzt. Wer das schafft, André, ich sag dir ehrlich, der hat direkt... War schon da unten. Ich war schon da unten. Ey, diese Ausdrücke, die in mir gerade sind, die ich nicht sagen werde. Sag's einfach nicht, sag's nicht. Wir müssen in dich reingehen. Die sollen in euch alle reingehen. Bro, wir müssen rein und dann direkt D drücken. Vertraust du mir? Nein, oha, Digga. Warum bist du so gut, Digga? Mich nennt man auch Gutoman, Piqué. Okay, guck mal, wir gehen rein. Direkt D. Ah, Männer, das geht auch nicht. Ich schwitze, ich schwöre, Jungs, ich schwitze gerade. Ich schwöre auf alle. Mach den Ventilator an. Nein. Mach deine fette Arme nach oben. Das hilft. Wie ein Cholesterinspiegel. Ist schwer, ist schwer. Mann, ich kann nicht mehr. Wie soll das gehen, Bro? Jungs, wie das geht, soll ich ernst machen? Mach jetzt ernst. Gänsehaut, du bist direkt gestorben. Was lauerst du, ey? Es ist nicht möglich. Kann man springen? Ich muss mich muten, Jungs. Ich muss mich muten. Okay. Bro, wie soll das gehen? Ja, das ist das Schwere. Das ist das Schwere. Aber es geht doch gar nicht, wenn man so arg nach links geht. Ey, auf meine Mutter. Oh mein Gott, ich hatte fast. Ich hatte fast. Okay, Bro, man muss perfekt einen Moment machen. Brexit, kannst du bitte deine Schnauze halten, wenn du nicht bei uns bist? Danke, Bruder. Du machst mich ganz aggressiv gerade. Danke. Okay, beurte dich einfach, bis du bei uns bist. Auf einmal Nabil ist drin. Einfach Nabil, Bruder. Wer ist Nabil? Nabil ist stabil. Egal, lass ihn mitspielen. Nabil Abi ist mit dabei einfach. Nabil, Rami, Digga. Der ist safe on Brexit. Der ist safe on Brexit, Digga. Ah, wenn ich bin tot. Er ist auch gestorben, Digga. Wenn er uns überholt, Bro, er muss entscheiden. Ich schuhe, er wacht mit, Digga. Nabil, einfach. Okay. Nee, er guckt mir zu, irgendwie. Ja, ja, weh, weh. Guck mal, das Ding ist, wir sind wieder, guck mal, wer jetzt das Level schafft, André, ist mir egal, der entscheidet, okay? Yo, ich fahr weiter. Er schafft's einfach fast. Ich glaub, das ist unmöglich, Bro. Mann, ich hab wieder vergessen, dass da was ist. Wie vergisst du das? Wer gibt auf als erstes? Ich glaub, Brex hat's schon aufgegeben. Er redet gar nicht mehr. Brex hat aufgegeben. Brex, wie geht's dir grad von 1 bis 20? Ich red nicht mal mit dir. Warum? Du hast doch gesagt, er soll seine Schnauze halten. Ja, weil er grad nicht hier ist, Digga. Okay. Bro, warst du schon unten? Sag mal, André. Sag mal jetzt auf Ernst. Ich war bei dieser Reihe da. Bei dieser Reihe. Und dann nicht auf dieser anderen Rampe. Nee, noch nicht. Bro, das geht auch, glaub ich, gar nicht. Doch. Nein. Aber es bockt nicht. Ich glaub, es geht nicht. Ja, nee, ich hab auf dich geguckt. Bro, es geht noch weiter in diese Pommes-Level unten links. Oh mein Gott, das ist nicht machbar. Junge. Wir sind gleichstand grad. Bei den letzten drei Dinger unten. Bei den letzten drei Dinger? Glaub ich dir nicht. Hab ich nicht gesehen. Was für Gleichstand? Und ich hab jedes Level vor dir geschafft. Das ist Gleichstand, safe. Hä? Okay. Brex hat gewonnen. Guck mal. Freunde. Ich sag euch ehrlich. Okay. Ich glaub, ich... Okay. Ich muss aufgeben. Ich kann das nicht mehr. Sonst krieg ich hier eine Aggression schon. André hat gewonnen. Brex, du darfst dir da irgendwas sagen. Sag jetzt. Juhu. Nice. Okay, wir gehen raus, Freunde. André sucht eine Map aus, wo wir fighten. Und let's go. Okay, Freunde. André hat Realistic FPS Gun Game Bodycam rausgelassen. Wir sind zu zweit. Ich weiß nicht, wo noch... Also, wer fehlt von euch? Ich bin vier. Wir sind zu dritt. Wir gehen rein. Seid ihr bereit, Jungs? Bodycams. André hat ausgesucht. Jo, wo bin ich? Game starts in fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, bis... Sie leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht zu schön aus. Ich weiß nicht, bis wann das geht. Wir spielen einfach. Ah, ich krieg Schaden. Ich hab Sound aus, deswegen seh ich nichts. Ich bin gestorben, okay? Das kann gehen. Okay, Tamar. Du warst ein Sandwich. Okay, Tamar. Ich hab noch kein Dings. Guck mal, First mit 20 Elimination gewinnt. Okay, let's go. Wo seid ihr? Der jetzt sieht zu realistisch aus. Da war einer. Bin tot. Ich hab immer noch Pistli. Bin offline. Guck mal, wie er eine Pump hat. Und er sagt mir mal was. Oh mein Gott, das war gut von mir. Bin weiter. Danke, Bruder, danke, Bruder. Bro, geh doch schlafen, bitte. Ey, warte mal, du hast Spawnschmutz. Spawnschmutz. Ja, der hat echt Spawnschmutz. Wen juckt aber? Du hattest echt Spawnschmutz, Bro. Du hattest so Spawnschmutz. Bro, Ante, du bist so eklig mit Spawnschmutz. Ey, Digga, hör doch. Jemand anders ist dabei. Hä, wer? Hinter, warte, stopp. Hinter dir. Ja, Brex schießt einfach immer, Digga. Man sagt, warte, Digga, er schießt trotzdem. Ich hab, ich weiß nicht. Du weißt doch, er ist Dings, Bro. Er ist Paceshooter. Das ist mein... Ja, ja, der Nalit. Tut leid. Bro, ich muss auf dich schießen, weil man macht denselben einfach. Ich muss gewinnen, Bruder, du weißt doch. Hier ist irgendein Random drinne, Digga. Ich hab Brexen gelb. Aber wer? Hier ist kein Random. Wo ist der? Der hatte grüne Anzug an. Das ist Nabil, Bruder! Er ist hier, er ist hier. Ich kill ihn. Komm her, Bruder. Er spielt jetzt mit. Hab ihn. Er ist echt Nabil. Ah, ich bin tot. Er spielt jetzt mit. Er ist mein Co-Moderator. Co-Moderator? Er hat den Spawnschmutz, Digga. Co-M-Dingsbums. Wie heißt das? Boah, Ibrex hat gerade richtig ausgesprochen. Hä, wirklich? Ich schwöre ehrlich, ich hab da Sprachfieler da drin. Spawnschmutz. Spawnschutz, genau. Okay, mal schlafen, Bro. Haste dich, du Hase. Du Hase. Nein, Nabil Abi hat mich geholt. Ich dachte, er ist mein Co-Moderator. Ich hab Nabil Abi geholt. Okay, wichtig und richtig. Ich komm jetzt, Jungs. Wo seid ihr? Wer hat 20 wins? Spawnschutz angeblich. Acht Kills hat, André. Ich hab fünf Kills. Wie viele Kills habt ihr? Oha, Nabil ist Maschine, Digga. Hab ihn. Du musst aufpassen. Hab Nabil Abi. Kommt nochmal her, Bro. Bro, das ist ehrenlos. Du hast geklaut. André hat uns beide geklaut. Er hat zehn Kills, er ist bei Halbzeit. Ich komm jetzt. Mit Spawnschutz. Ich käme richtig hart in Ecke. Wo bist du in Ecke? Sag ihm, welche Ecke. Sag ich nicht. Er kämpft nicht, er läuft. Er lügt, er lügt. Er ist eine Lügi. Ich hab Angst vor Nabil Abi. Ich hab Angst vor Nabil Abi. Ich hab jetzt gegen Nabil Abi. Brax, Digga. Hab Nabil Abi. Ich hab Minigun, Jungs. Ich hör's. Ich hab Angst vor dir. Oh mein Gott. Geh mal schlafen. Mit deinem Minigun. Geh schlafen. Nabil Abi. Nein. Er hat mich am 8 Kills. André ist grad erster. Mit elf Kills. Ja, die Map ist ultra geil, Junge. Die ist illegal. Geh schlafen. Ja, okay, one shotte mich einfach. Alles gut. Geh schlafen. 2.0. Er hatte Spawnschnitzel. Ja. Er hatte einfach Schnitzel im Mund, Bro. Iiii. Er hat selbst Schweineschnitzel gegessen mal. Hast du schon mal, Rex? Iiii. Nabil hat dich geone shotte. Ich hab's gesehen durch Fenster, Digga. Guck mal, ich hol dich jetzt, André, weil du gehörst mir. Guck mal, ehrenlos. Nabil, hab ich geschlafen. Ich hab Minigran. Minigran ist ehrlich Kacke, muss ich sagen. Bro, was bist du so hässlich? Geh schlafen, Bro. Abgecampt. Hab ihn. Hab Nabil Abi. Oh, du führst gerade, ne? Kann das sein? Ich führ. 30 Kills. Ja. Nein. Ich hab Jagdgewehr. Hab Bricks. Nein. Er ist so ein Abstauber. Er ist ein Abstauber. Oh mein Gott. Nabil Abi hat mich. Nabil Abi hat mich. Ich hab 40 Kills. Stopp-Songer, Digga. Komm schon, wir werden es nicht schaffen, Freunde. Bin wieder online. Er sollte sich Dyson nennen. Ich schwör. Los, Gubb. Nein. Er hat Spornschuss. Nein. Spornschuss. Nein. Oh mein Gott. Oh, wichtig. Nein, nicht getroffen. Ja. Komm her, Udi. Wo bist du? Ey, wir müssen auf Voto machen. Danke, der hat 15. Hab André. Ey. Er hat mir die gar nicht mehr tot. Ich hab 16 Kills. 4 Kills noch, bitte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Oh, hier steht direkt einer. Ach so, mein One-Shot ist mit der Waffe nicht. Ach so. Geh schlafen. Ich hab Raketenwerfer. Noch 3 Kills braucht er. André, auf ihn. Full Fokus. Wir fokussen jetzt. Full Fokus. Wenn ich dich sehe, schieße nicht. Und man down in 3. Ich hab's selbst gekillt. Aber ich hab dich noch bekommen. Hab ich, ich hab 16 Kills. Hab ich neue Waffe? Ich hab 16 Kills. Nein. Ich hab keine neue Waffe bekommen. Ich weiß gar nicht, was passiert. André, ich bin in deinem Gesicht. Hab, äh, Brex oder so. Nabilabi. Ich hab Nabilabi. Komm, mit Bogen wieder. Er will mich kill Brex hier. Hab ihn. Er hat mich von hinten geholt. Bah, guck mal, wie die campen. Wir campen ihn ab. Wir holen Nabil. Aber wir müssen Nabil holen. Komm, komm. Nabil ist mein Freund jetzt. Hier ist Nabil. Er ist stuck, er ist stuck. Er hat mich gekillt, Bro. Er hat mich gewacht. Sehr gut, Nabil. Du musst für mich kommen. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor ihn. Ja, ja, Odoman ist gefährlich. Du musst aufpassen. Ich bin da. Wo seid ihr? Oh mein Gott. Elias hat mich geholt. Wer ist Elias auf einmal? Ja, sein Sohn. Okay. Nö im Raketenwerfer in deinem Mund. Gib. Nochmal, bitte. Nimm, Granat. Ein Kill nur noch. Ein Kill nur noch. Ein Kill nur noch. Was hab ich für ne Waffe? Was hab ich für ne Waffe? Bogen? Hab ich? Oder was hab ich? Ich hab nen Schlitzer. Ich hab nen Slicer. Bro, willst du Slice, Bro? Willst du Slice, Bro? Willst du nen Slice, Bro? Hint mir. Ich bin tot. Nein, ehrenlos. Oha, Brexitstoff nicht. Nein, André hat auch 19 Kills. Wenn André gewinnt, ist ehrenlos. Ich hab aus Versehen geschossen. Komm, Schlitz gegen Schlitz. Komm, Schlitz gegen Schlitz. Ey, du bist so am Armstauben, Digga. Nein, er ist oben irgendwo. Gönn ich dir, gönn ich dir. Wie ist der da hochgekommen? Bro, komm mal wieder runter. Hä? Da ist das neben mir. Ein Nabi chillt da oben. Ich kann nichts machen, ich bin stuck. Oh, Gott. Da war in mein Gesicht. Warte mal. Digga, wie ist der da hochgekommen? Ein Highground ist ja übel, Bro. Man kann nicht mal springen. Brax hat auch 19. Hab ihn geschlitzt und hab gewonnen, meine Damen und Herren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir da ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall, ob ihr die Jungs habt. Und hier werden jetzt eingeblendet die Leute, die als letztes meinen Kanal abonniert haben. Also abonnier meinen Kanal, um im nächsten Video dabei zu sein. Kuss geht raus. Ciao.